Und willkommen zurück zu Sonic und Knuckles. Ich wollte schon wieder Sonic 3 und Knuckles sagen. Was stimmt momentan nicht mit mir? Naja, egal. Ah, na also, hier waren wir mit Sonic nämlich nicht. So. Ähm, ach das geht? Cool. Moment. Oh, okay. Warum weiß ich sowas nicht? Hä? Moment, nein. Hahaha. Sehr schön. Ist der O-Bahn Eingang? Tatsächlich? Hä? Minen? Okay. Hä? Warum war ich hier noch nie? Okay. Oder? Ach, ich bin so doof. Von da kamen wir doch. Bin ich jetzt wirklich schon so kurzzeitig mit dem Gedächtnis? Wow. Das ist ein neuer Tiefpunkt in meinem Gedächtnis. Oder mit meinem Gedächtnis, besser gesagt. Wih, nein. Kack, Maus. Wow. Ey, das ist gerade wirklich so ein ganz neuer Tiefpunkt. Ich dachte schon, mein Gedächtnis ist in letzter Zeit ganz schön... Scheiße. Ganz schön schlecht geworden. Aber das... Das... Das ist peinlich. Das war wirklich peinlich. Naja, nehmen wir das hier mit. Und wie man sieht, das kann man wirklich nur als Knuckles mitnehmen. Weil man ja hier nur wirklich so hinkommt. So. Jetzt komm. Ja, komm. Oh je. Das kann man echt keinem erzählen. Äh, nein. Mist. Ich wollte doch eigentlich den Blitzschild behalten. Weil der ist doch am besten. Nein! Was ist mit der Steuerung los? Da habe ich ein paar Tage nicht gespielt. Und dann verlerne ich alles, was ich über Jahrzehnte aufgebaut habe. Na gut, Jahrzehnte ist ein bisschen übertrieben. 15 Jahre etwa. Das ist enorm. Wie viel man jetzt verlernen kann. Vor allem so schnell. Ja. Sehr schön. So möchte ich es haben. So, jetzt aber langsam. Okay. Da. Und einfach hier raus. Das habe ich nicht mehr bedacht. Dass das hier hoch und runter geht. Ich dachte, das wäre... Nein. Nein. Ich gebe ihn nicht auf. Ich gebe ihn nicht auf. Scheiße. Ah. Das gibt's nicht. Ich bin nicht so müde. Wirklich nicht. Oh. Es ist zwar relativ spät wieder, aber... So müde bin ich definitiv denn nicht. Dafür... Das... Nee. Da... Da sollte ich schon wirklich dann um einiges besser drauf sein, jetzt, was das Zocken angeht. Dankeschön. Ich habe auch schon mal zwölf Stunden am Stück ein Spiel gespielt. Ich habe auch schon mal zwölf Stunden am Stück ein Spiel gespielt. Moment. Es ist so bitter. Warum schaffe ich das gerade nicht? Es ist nur ein Sonic-Spiel, in dem ich normalerweise wirklich gut bin. Guck, falls ich es nicht schon gesehen habe. Es ist nur ein Sonic-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel-Spiel. Oh, Mann. Das ist wirklich peinlich. Hopp. So. Jetzt ganz langsam. Jetzt hier rüber. Dankeschön. Dann bitte einmal hier hoch. Oh, war das jetzt so krass? Warum... Also, ich verstehe es nicht. Kann ich mir bitte hier ein paar Leben holen? Nein. Ich dachte jetzt... Würde das Ding kommen aus Sonic 3. Hier mit dem... Mit der Slot-Machine da. Mit dem Kaugummi-Automaten, sag ich mal. Nee, das hier ist ja die Slot-Machine. Richtig. Mit dem Kaugummi-Automaten. Dass man sich da die... Rausholt die Kugeln. Okay. Oh, was ist gerade los? Das läuft ja richtig kacke mit Muckles. Ich will nicht dem Krakler jetzt die Schulter in die Schuhe schieben. Aber mit Sonic bin ich besser durchgekommen. Ich verstehe es echt nicht. Ah ja, genau. Tüüüüü. So. Die kleinen Kackmäuse. Oh, ist das demütigend. Also für mich gerade ist das wirklich eine richtige Demütigung für mich selber, dass ich das Tier so hart verkacke. Oh je. Okay. Nein. Scheiße. Ah, okay. Ich hab's eben gesehen. Da kommen wir nicht mal hoch als Knuckles, weil da Stacheln sind. Die Entwickler wollen wohl lustig sein. Und hopp. Nein. Ich warte. So. Nein. Oh. Was ist los? Ich bin wirklich nicht müde. Das ist so doof. Und ich hatte so Lust, das wieder aufzunehmen. Oh. Die Steuerung. Was ist los? Das ist ja... Seht ihr das? Wie er mich ärgert. Ja, Flieger, hau ab. So eine richtig dicke Schmeißfliege. Zumindest so sieht die aus. Nein. Gut, wenigstens. So. Okay. Moment. Schaff ich das? Ja. Ohne die Kackviecher auszulösen. Oh, ich weiß echt nicht, was gerade los ist mit der Steuerung und so. Guck mal. Ähm, ja. Normalerweise wird man von denen zerschnetzelt. Von den Rotorblättern. Hä? Was ist das für ein... Ach so, okay. Das sollen die Rotorblätter sein, die einmal vorne im Vordergrund sind. Okay. Ich dachte eben schon, hä? Was ist das denn wieder für ein Programmfehler? Gut. Nicht zu weit. Genau da, äh, bei der Achse. So. Oh, danke. Ein Leben. Das brauche ich aber auch, so wie das aussieht. Äh, Minen. Oh, das ist fies. Moment, breit mich doch nicht. Sehr schön. Denn hier waren wir nicht mit Sonic. Wir auch. Ah, hier kann ich auch gar nicht ran. Als, äh, Knuckles. Ah, aber da. Okay. Weil das ja Eingang war. Hier blockiert er wieder so halbwegs. Ey, ey, ey. Komm her. Ah, geht nicht. Ja, hier oben blockiert er immer. Genau, was soll's. So. Ja, Blitzschild und Blitzschild wieder weg. Tschüss. Naja, was soll's. Aber ich weiß wirklich nicht, was gerade los ist. So schlecht war ich in dem Spiel noch nie. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich's hätte schaffen können. So ungefähr nicht ganz oben am Bildschirmrand schon. Ähm, wo? Äh, wo bin ich hier? Okay. Oh! Wie süß! Wie schön, dass ich die Tierchen befreien darf und die Ringe hier. Ah, das wär knapp. Das war knapp. Wo bin ich hier? Ähm. Ich hab Angst. Ich. Okay. Bis gleich. Oh, Mann. Ich bin anscheinend wirklich zu schnell durch die Level durchgepastet. Aber wie man sieht, vier Stück hab ich schon mal. Moment. Gut. Ich lass das jetzt einfach drinnen. Ich wusste nicht, dass das hier, äh, ja, existiert. Ich bin immer so diesen Weg da oben entlang und... Ja, ich bin baff. Dass ich doch nochmal richtig neue Wege finde. Ah, war ja klar. Gut. Sehr schön. Hopp. Okay. Jihihi. Komm. Krieg. Au! Das Kackding hat mich zerquetschen wollen. Ey, was soll das? Jihihi. Nein, komm. Komm. Nein. Jihihi. Oh, gut. Ich bin hier sicher. Moment. Und... Nein. Scheiße. Nein, mein Ring. Danke. Nein, mein Ring. Scheiße. Moment. Und... Jetzt aber. Ah. Diese kleine Kackmaus. Bäh. Ich wollte aber oben wieder lang. Genau. So. Okay. sehr schön. Sehr schön. Hä? Das ist ja nochmal ein anderer Weg. Ich bin jahrelang an diesen Wegen hier wirklich vorbeigegangen. Unwissend. Dass da überhaupt sowas noch existiert. Oh. Komm schon. Gibt's. Aber das hier kommt mir wieder bekannt vor. Zumindest, ähm, das mit den Dingern hier. Und jetzt. Rüber. So. Hihihihi. Pass man sich das doch ein wenig leichter. Moment. Ich wusste echt nicht, dass es hier doch so große Ringe gibt. Moment. Ich war runter. Oh, da waren wir schon. Hihihihi. Scheiße. Oh. Ich hab noch dran gedacht und dann irgendwie so doch wieder so. Nö. Da wieder eine kleine Kackmaus. Ach man. Da hatte ich bei Sonic aber auch Probleme, dass ich hier dann wieder... So. Jetzt aber. Und jetzt. Oh, dann kann ich ja so wie hoch. Okay. Einfach stillhalten jetzt. So. Halt. Ah, okay. Oh. Ist okay. Feuer. Feuer wirklich heiß. Au. Kennt ihr das auch, wenn irgendwie so eine Gefahr ist, dass ihr dann so ein komisches Ziehen manchmal im Arm habt oder so? Das hatte ich eben gerade mit dem Feuer. Ich lerne echt neue Seiten von dem Spiel kennen. Das ist so... So irgendwie... Äh. Was? Das geht? So in dem Sinne. Der Checkpoint. Ist ja schön. Hä? Was ist das denn? Äh. Was ist das? Boah. Ich seh so viel Neues. Äh. Ich möchte bitte oben links lang. Äh. Das hätte auch schief gehen können. Oder eher matschig. Ja. Ah. Hier waren wir dann doch. Oh je. Die Zeit. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier kein Time Over. Das wäre ja richtig scheiße. Moment. Daran habe ich gedacht eben. Nein. Scheiße. Nein. Schnell. Nein. Ach. Oh. Wenn man irgendwie raus will und dann... Ach. Das ist doof. So. Ein Ring wenigstens. Ah. Na los. Ich habe keine zwei Minuten mehr. So. Ich gehe jetzt aber einfach ganz normal durch. Ah. Okay. Au. Nein. Komm schon. Scheiße. Nein. 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 Gut. Aber das kriegt man gut hin. Und jetzt. Hä? Das hat der vorher noch nie gemacht. Das ist... Moment. Kann ich zurück? Nein. Mist. Was ist los? Moment. Das Spiel mobbt mich ja voll. Gut. Hä? Der hat das vorher nie gemacht. Ich sage lieber ein paar Räume noch. Jetzt will ich wissen, was da oben ist. Auch gut. Das hat der vorher nie gemacht. Die Sottelsau. Ähm. Ähm. Auch gut. Gut. Au. Nein. Komm. Ring. Ein Ring. Ein Ring. Ja. Komm. Dankeschön. Gut. Und jetzt hier bitte. Oh. Komm. Gut. Ich wusste nicht, dass das so viel noch ist. Was ich nicht gesehen habe von dem Level. Alter. Und das nur, wenn man mal mit einem anderen Charakter spielt. Daher bei einigen Spielen, dann lohnt sich das einfach. So. Ah. Da hat es eben ein wenig geleckt. Ah. Jetzt hätten wir die Augen froh. Auch gut. Äh. Der links möchte ich gar nicht erst versuchen, ob da irgendwo ein Versteck ist oder so. Äh. Da oben glaube ich nicht. Nö. Scheiße. Er ist zu schnell gerannt. Mist. Ich möchte weiter runter, bitte. Gut. Sehr schön. Da werden mit Sicherheit wieder Gegner rausgekommen. Moment. Bin ich den Weg nicht schon mit Zombie gegangen? Ach. Ist ja auch egal. Ist ja jetzt gerade auch egal. Oh. Cool. Cooler, 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 cooler. Ah ja genau. Hier. Voll in die Miminen. Ah ja genau. Da sind wir mit Sonic lang. Also gehen wir ruhig mal hier lang. Okay, mhm. Ein Checkpoint. Ich möchte nochmal versuchen, ein paar Ringe für Leben ranzubekommen. Einen noch. Komm, ein. Danke. Ups. Ja, hier gibt's auch mal so Leben in diesen kleinen Kügelchen, die man da einsammeln kann. Nein. Nein. Lass mich. Dankeschön. Hopp. Bounce, bounce. Und jetzt. Nein, komm schon. Nein. Mist. Ach, schade. Aber immerhin 100 Ringe und ein Leben dazu bekommen. Wenn das nichts ist. Achso, okay. Äh, erstmal hier gucken. Und da ist... Oh, Moment. Ah. Ich wollte gerade sagen, ein großes, rundes Nichts. Aber das hat sich ja als absolut töricht herausgestellt. Okay. Okay. Boing. Boing. Nein. Pam. Pam. Sehr schön. Da oben war ja nichts. Das hatte ich ja mit Sonic, glaube ich, schon überprüft. Sehr schön. Boah. Nein, nicht durchrollen. Sonst habe ich Panik, dass ich da jetzt zerquetscht werde. Das kann schneller passieren, als im Liebes tatsächlich. Dich. Gut. Ah ja, genau. Hier waren wir wirklich mit Sonic schon. Aber macht ja nichts. Äh, nein. Ich rüchte bitte auf das Teil rauf. Ja, genau so. Und das nächste Ding ist... Was soll das hier überhaupt? Warum braucht man sowas? Ja, komm. Nimm mich mit. Ah, scheiß Vieh. Oh, ich habe es zu spät gesehen. Dieses blöde Mistvieh. So. Aber macht nichts. Ich warte lieber. Ja. Gut. Hihi. Das Warten hat sich gelohnt. Oh, ich bin so doof. Ich wollte jetzt... Ich bin so echt doof. Ich wollte gucken, ob da was ist. Ich bin manchmal echt zu doof für solche Spiele. Genau. Hier oben war, glaube ich, wieder einer. Ja. Bis gleich. Sehr schön. Und den nächsten bekommen. Da, mal gucken, wie es weitergeht. Hier oben zumindest schon mal nicht. Aufpassen. Gut. Na, komm. Da ist nur dieser Magnet. Moment. Hä, hä, hä. Nein, danke. Keine Lust, in den Stacheln zu enden. Ah. Oh ja. Da ist wieder er. So. Das ist absolut easy. Ich sag's doch, bei dem Bossgegner hier, da braucht man echt nichts machen. Das ist einfach nur lächerlich. Und weiter. Ich weiß gerade gar nichts weiter zu erzählen. Außer, dass der Boss jetzt besiegt ist. Ja, lauf du nur, du Ivi. Oh. Oh, jetzt muss man mal warten. Oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass man hier dann so... Äh. Gut. Äh, gegenrennt. Mal sehen, wer ist schneller. Wer ist schneller? Ach, geht's jetzt schneller. Schön. Ah ja, genau. Jetzt kommt ja erst mal dieser doofe Bossgegner. Nie! Oh, ich wusste es noch. Hä, warum ist das jetzt Robotnik? Ähm, WTF. Habe ich ihn jetzt verbuggt? Nein. Habe ich den jetzt wirklich verbuggt? Oder ist der wirklich bei Knuckles einfach nur extrem schwerer? Okay. Gut, und rüber. Aber warum ist das auch wieder Robotnik? Denn hier macht das ja keinen Sinn. Denn hinter Knuckles ist er ja eigentlich nicht hier. Autsch, scheiße. Schade. Hätte ich aber schaffen können. Oh. Bitch. Oh. Nein! Warum? Moment. Oh, das ist so groß. Ja, das hier wollte er eben nicht machen. Ja, dass er da rüberrollt. So. Und jetzt ist er safe. Oh je. Meine Güte. Wie erwartet. Wie unerwartet. So, okay. Ah, okay, ich war noch nicht richtig auf der Plattform drauf. So. Wie? Gut. Es ist wahrscheinlich kein Bug, dass er auf Feuer speigt, sag ich mal, während er hochkommt da. Das ist gemein. Das ist sehr, sehr fies. So. Oh, ich hab da noch ein einziges Leben. Komm schon. So, wieder rüber. Ich hab... Ne, im Grunde hab ich nur noch das Leben, was ich jetzt gerade habe. Das ist gemein. Gut, schon rüber. Ja, mit Knuckles ist der Kampf natürlich um einiges einfacher. Da kann ich's, glaub ich, auch schon verstehen. Nein! Scheiße. Warum die das denn so gemacht haben. So, sehr schön. Ja! Hihi, hier haben wir wieder festgebackt. Hihi. Genau, dann würde ich die Folge auch gleich beenden. Ja, Fischi. Hihi. Oh, Sandopelos. Doppelist, wie auch immer. Genau, dann beende ich die Folge jetzt. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, für mich war's mal eine andere Erfahrung, dieses Spiel so zu spielen. Eben halt, ähm, ja, mit den ganzen komischen Wegen, die für mich neu sind, absolut. Naja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Sonic und Knuckles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank.